Hi Leute, der Sanu hier und willkommen zu einem ganz besonderen Video. Ich glaube, ich habe Division 2 endlich durchgespielt. Ich habe den heiligen Gral, meinen heiligen Gral, meinen Unicorn endlich gefunden. Und zwar geht es um, einige von euch werden das wahrscheinlich schon öfter mitbekommen haben, aber ich habe immer wieder sehnsüchtig nach so einem Mod, so nach dem einen Teil gesucht, was mir immer gefehlt hat und das war der 13er Schutz vor Elite Mod. Jetzt ist es leider, leider, ich hätte es mir gewünscht, wenn es im Stream oder eine Aufnahme direkt für ein Video passiert wäre. So musste ich das Ganze dann auf der Playstation mit dem Share-Button, musste ich das abspeichern und ja, soll ich euch sagen, absolut geil. Ich habe ihn endlich, ich freue mich da richtig drüber, weil ich den wirklich seit Jahren renne ich dem hinterher und links und rechts fallen sie, wir hatten schon die wildesten, skurrilsten Photoshop-Gedanken, den gebe ich ja gar nicht, wir haben uns schon einen Spaß daraus gemacht. Ich meine, viele von euch werden das wissen, für alle anderen, ja, das ist Tatsache. Ich habe da wirklich, also, keine Ahnung, aber ich denke, der Bann ist jetzt gebrochen und jetzt können noch so zwei, drei Stück droppen und dann wäre ich definitiv zufrieden, obwohl ich das eigentlich jetzt schon bin, weil, sieht geil aus, der 13er. Auf jeden Fall möchte ich euch das Gameplay zeigen, wie ich ihn gefunden habe und natürlich leider unkommentiert, wie gesagt, ich hätte es gern anders aufgenommen, aber besser jetzt haben, als ihn dann gar nicht bekommen, ne, deswegen, ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem kleinen Miniclip und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute, bye. Incoming hostiles detected. You need to cover. You need to see me now. Bring it all down. Detecting additional hostile contacts. Incoming hostiles detected. Get it. What's the fuck? Fire will be a beacon to all... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.